Ein besonderes Phänomen, das an Hitchcocks Film Vögel erinnert, kann seit einigen Wochen am Medica Center in der Neustädter Straße in Weiden bestaunt werden. Hundert Rabenkrähen versammeln sich dort jeden Abend für die gemeinsame Nachtruhe und drehen dabei ihre Runden am Abendhimmel. Im Frühjahr ist es mit dem Spektakel auch wieder vorbei. Sobald es die Witterung zulässt, kehren die Vögel zurück ins Baltikum, dort befinden sich ihre Brutplätze.